Guten Morgen, ich bin Caro, ich bin Praktikantin hier bei Global Foundies in der Kommunikationsabteilung und ich werde diese Woche die neun Azubis hier willkommen heißen und begrüßen und sie begleiten in ihrer ersten Woche hier bei uns. Ich mache mich auf den Weg in die Lobby, um die neun Azubis zu empfangen. Ich habe sie gefunden. Wir sind jetzt beim Batching, jetzt geht es gleich los, jetzt kriegen alle hier so einen schicken Global Foundies outside. Jeder Azubi muss einzeln in das Batching Office eintreten. Das Ganze dauert auch nicht lang und in der Zwischenzeit konnten sich die anderen Azubis schon mal einen Überblick über unseren Standort verschaffen. Auf dem Weg zum ersten Zimmer wird klar, wie groß und weitläufig unser Dresdner Standort ist. Der Mensch ist die größte Partikelquelle und genau deshalb ist es unheimlich wichtig, dass wir bei einem Besuch im Rheinraum das Rheinraumprotokoll beachten und uns umziehen. Unser Rheinraum hat eine Produktionsfläche von 52.000 Quadratmetern. Im Rheinraum fühlt man sich wie in einer automatisierten Stadt. Es ist beeindruckend, wie groß der Rheinraum ist. Wir sind auf dem Weg, uns den Prozess der Wasseraufbereitung anzusehen. Das war unsere erste Woche. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Bis bald! 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 Bis zum nächsten Mal.